Hallo, ich bin René von der Schießschule Becker. Wir wollen dann wieder schießen gehen und zwar mit einer Pistole aus der Türkei von der Firma Karnik. Karnik, ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, möchte auch nichts Falsches sagen, aber da habe ich vielleicht sogar schon gesagt. Und zwar das Modell TP9SA, Kaliber 9mm. Für alle Sportschützen, in einem Video habe ich schon mal gesagt, die Waffe ist wirklich sehr günstig, das muss man einfach so festhalten. Der Abzug ist nicht so dolle, aber schießen tut es tatsächlich wie Hulle, das ist einfach so. Aber seht selbst bis gleich auf der Schießbahn. Ja, wenn ihr Lust habt, mal mit so einer halbautomatischen Pistole hier der TP9SA oder einer ganz anderen Waffe zu schießen, dann würde ich mich sehr freuen, euch bei einem entsprechenden Schnupperschießen bei uns bei der Schießschule Becker begrüßen zu dürfen. Mit entsprechenden Werbsberechtigungen könnt ihr erstens bei uns Probeschießen, Waffen und dann natürlich auch bei uns erwerben, über den Waffenhandel Becker. Und seit ihr angehende Sportschützen, euch fehlt noch die Waffensachkunde für Sportschützen, würde ich mich sehr freuen, euch bei einem entsprechenden Kurs bei uns bei der Schießschule Becker begrüßen zu dürfen.